Und dann haben wir Harald Schumann dort, der auch nochmal zeigen wird, wie ganz konkret die EZB eben über die Geldpolitik hinaus in die Wirtschaftspolitik von Mitgliedstaaten auch eingreift, weil die EZB ja immer auf ihre Unabhängigkeit pocht und auch betont, sie sei quasi kein politischer Akteur im engeren Sinne. Harald Schumann hat immer wieder gezeigt, dass dem nicht so ist. Genauso freue ich mich darüber, dass Harald Schumann heute da ist, ein investigativer Journalist des Tagesspiels, der sehr bekannt wurde in der Euro-Krise, vor allem auch durch die TV-Produktion, die er gemacht hat, zum Beispiel Staatsgeheimnis Bankenrettung und Troika macht ohne Kontrolle. Und er hat die EZB dabei so genervt, dass immer wenn ich bei der EZB war und seinen Namen erwähnt habe, sind einige Zentralbanker im Gesicht rot angelaufen. Und wer weiß, wer kennt, wie Zentralbanker normalerweise immer sehr beherrscht und ohne große Gesichtsregelungen da sitzen, der weiß, er muss irgendetwas richtig gemacht haben in seinem Leben. Insofern freue ich mich, euch zu begrüßen. Wenn man so will, ich komme jetzt runter vom großen System auf die kleinen, aber ebenso schmutzigen Gemeinheiten der praktischen Alltagspolitik der EZB. Und weil ja vorhin der Fall Irland schon vorgetragen worden ist, lasse ich Irland mal außen vor, das ist auch weitgehend bekannt. Während das, was in Griechenland und Zypern passiert ist, dann doch im Detail vielen nicht so bekannt ist. Und Griechenland und Zypern hängen ja auch ganz eng zusammen. Und mein Vortrag kommt eigentlich zu dem Schluss, dass was während der Krisenintervention in Griechenland und Zypern passiert ist, Dort haben die EZB-Direktoren und die Ratsmitglieder natürlich meiner Meinung nach offen ihr Mandat gebrochen. Und sie haben rechtswidrig politische Entscheidungen getroffen, die ihnen als nicht gewählte Beamte überhaupt nicht zugestanden hätten. Das betrifft zum einen die Bankenaufsicht in den beiden Staaten und zum anderen die willkürliche und missbräuchliche Gewährung oder Sperrung der Notfallfinanzierung für die Banken der Emergency Liquidity Assistance. Aber beides hängt eng zusammen. Wenn man so will, meine Geschichte, das ist willkürlich, aber irgendwo muss man anfangen, fängt an mit dem sogenannten PSI, dem Private Sector Involvement, also dem um zwei Jahre verspäteten Schuldenschnitt für Griechenland. Sie erinnern sich, angeblich wurden Griechenland damals 103 oder 108 Milliarden Euro erlassen, zulasten ihrer privaten Gläubiger. Der Nachteil dabei war, dass er über Nacht dieser Schuldenschnitt alle griechischen Banken insolvent machte und deswegen die griechische Regierung gleich wieder 50 Milliarden Euro neu leihen musste, um das griechische Bankensystem zu sanieren. Dabei passierte etwas Merkwürdiges. Mehrere Banken wurden abgewickelt und es blieben vier sogenannte Pillar Banks, also Säulenbanken, sollten übrig bleiben. Und in diesem Prozess wurde die kleinste dieser vier Banken, die Piraeusbank, ganz wundersamerweise zur größten Bank in Griechenland, weil nämlich die Zentralbank als Aufsichtsbehörde gemeinsam mit der damaligen konservativen Regierung dafür sorgte, dass der Piraeusbank sämtliche Aktiva der abgewickelten Banken zugeschoben wurden. Das nur erstmal so als Vorabinformation. Dieser Schuldenschnitt betraf aber nicht nur die griechischen Banken und natürlich auch Investoren in anderen Teilen der Welt, sondern er betraf insbesondere auch die beiden Großbanken in Zypern, die Leiky Bank und die Bank of Cyprus. Die verloren durch diesen Schuldenschnitt in Griechenland ungefähr 10, manche sagen auch 14 Milliarden, das ist bis heute noch nicht so ganz geklärt, Euro. Im Gegensatz zu Griechenland bekamen sie allerdings keinen offiziellen Kredit über die Regierung, um sich zu rekapitalisieren. Aber es führte in Zypern zu einer Sonderprüfung der beiden Banken, weil geprüft werden musste, wer hatte wann wie entschieden, dass zyprische Banken griechische Staatsanleihen kaufen und so weiter. Und bei dieser Sonderprüfung stellte sich heraus, dass der Chef der Pireus Bank in Athen bei der Leiky Bank in Zypern auf dem Weg über getarnte Offshore-Firmen, die auf die Namen seiner Kinder liefen, mehr als 100 Milliarden Euro privater Kredite aufgenommen hatte, um für diese Kredite neue Pireus-Aktien zu kaufen und so zum Schein die Eigenkapitalbasis der Pireus Bank aufzublähen gegenüber der Zentralbank. Und bei dieser Prüfung kam heraus, dass diese Kredite privat, Familie, Offshore, des Pireus-Chefs bei der Leiky Bank nie bedient worden waren und faul. Es ging ganz offensichtlich um eine Bilanzmanipulation zum Aufblähen der Eigenkapitalbasis als solche eigentlich Grund genug, für die Bankenaufsicht einzuschreiten und dafür zu sorgen, dass die entsprechende Personal entfernt wird, dass diese Transaktion rückgängig gemacht wird und Klarheit zu schaffen. Das Interessante ist jedoch, obwohl dieser Prüfungsbericht aus Zypern veröffentlicht wurde über die New York Times und über Reuters und große Wirbel machte, unternahm die Aufsichtsbehörde, das war nämlich die griechische Zentralbank, gar nichts. Warum tat sie nichts? Es gab eine einzige wirkliche Erklärung dafür, dass der damalige Chef der griechischen Zentralbank namens Provopoulos, der ja als solcher auch Mitglied im Rat der EZB ist, seine schützende Hand über den Pireus-Chef hielt, denn Herr Provopoulos war, bevor er zum griechischen Zentralbankchef wurde, vorher selbst Vorstandsmitglied, eben dieser Bank gewesen und deren stellvertretender Vorstandschef. Und er hatte auch private Kredite in Millionenhöhe von der Bank bekommen, von denen bis heute nicht geklärt ist, ob er sie je zurückgezahlt hat. Das heißt, es gab ganz offensichtlich einen eingebauten Interessenkonflikt in der Bankenaufsicht in Griechenland im Zusammenspiel mit einer Bank in Zypern. Und das war auch dem gesamten Zentralbankrat der EZB bekannt. Und trotzdem haben sie nichts unternommen, sondern ließen ihren Kollegen Provopoulos einfach gewähren. Das ist aber nur der erste Schritt der ganzen Geschichte. Der nächste Schritt in dieser ganz anrüchigen Beziehung zwischen der griechischen Zentralbank und der Pireus-Bank erfolgte im März 2013. In Zypern war die Laiki-Bank ohnehin schon lange insolvent und die Bank of Cyprus hatte zumindest Glaubwürdigkeitsprobleme am Kapitalmarkt und konnte sich nicht mehr richtig refinanzieren. Das heißt, die Banken brauchten entweder eine Bankenrettung oder was auch immer. Es musste was passieren. Die Regierung selber war aber schon in Schieflage geraten, konnte sich auch nicht mehr finanzieren. Und dann kam, wie Sie sich erinnern, die Eurogruppe und sagte, jetzt machen wir aber mal in Zypern was ganz anderes, als was wir sonst in allen anderen Krisenländern gemacht haben. Jetzt machen wir Bail-in statt Bail-out. Und das eben auch zu Lasten der Einleger. Das will ich jetzt gar nicht weiter diskutieren, ob das gut oder schlecht war. Das Wichtige an diesem Punkt war, in dem Moment, wo klar war, dass die Eurogruppe in Zypern ein Bail-in erzwingt, hat sie natürlich quasi automatisch einen Bankenkrach provoziert, einen Bankrun. Automatisch wollten alle Leute so schnell wie möglich ihr Geld abholen, deswegen mussten Kapitalverkehrskontrollen eingeführt werden. Und damit dieser Bankrun nicht auf Griechenland überspringt, mussten die zyprischen Banken gezwungen werden, ihr gesamtes griechisches Geschäft, was fast die Hälfte ihrer gesamten Bilanzsumme ausmacht, vom zyprischen Geschäft zu trennen. Sprich, sie wurden gezwungen, ihre Geschäfte in Griechenland zu verkaufen. Und da passierte etwas Merkwürdiges. Den Zuschlag bekam, wen wundert es, die Pireus Bank. Und die Pireus Bank musste für sämtliche Assets aller zyprischen Banken in Griechenland ganze 523 Millionen Euro bezahlen. Der Net Asset Value, also Activa minus Passiva, weil die Kredite der zyprischen Banken bei der EZB wurden abgezogen, die blieben in Zypern, der Net Asset Value betrug 7,9 Milliarden. Das heißt, rein von bilanztechnisch gesehen, hat die Pireus Bank nicht mal ein Zehntel des Preises bezahlt für das, was sie dann bekam. Das Interessante daran war, nicht nur, dass die Pireus Bank damit vielleicht Gewinn machen konnte, sondern sie war jetzt automatisch auch Eigentümer genau der faulen Kredite, die ihr Chef im Namen seiner Kinder bei der Laiki Bank aufgenommen hat und nicht bezahlt hat. Im Folgequartal, also im zweiten Quartal 2013, berichtete die Pireus Bank dann in ihrem Quartalsbericht von einem Gewinn von 3,4 Milliarden Euro. Das heißt, der Zwangsverkauf der griechischen Geschäfte der zyprischen Banken an Pireus bescherte den zyprischen Banken natürlich ebenso etwa eine Summe in dieser Größenordnung als sofort realisierten Verlust und erzeugte damit erst die Insolvenz, also auch die technische Insolvenz der Bank of Cyprus und damit die rechtliche Voraussetzung dafür, dass der Bail-in und die Abwicklung überhaupt stattfinden konnten. Die EZB rechtfertigte in einer Antwort an den Abgeordneten Giegold hier aus diesem Parlament diesen Vorgang damit, dass es sich bei diesen 3,4 Milliarden Euro nur um Buchgewinne handelt. Weil da waren nämlich in Wirklichkeit so viele faule Kredite drin, dass das tatsächlich nur 524 Millionen wert gewesen sein soll. Aber das ist grob irreführend, weil die Risikoanalyse, auf die sich die EZB bezieht und wo sie offenbar davon ausgeht, dass Parlamentarier zu blöd sind, sich die selber zu beschaffen und die zu lesen, diese Risikoanalyse wurde von PIMCO erstellt, einer Beratungsgesellschaft, die für die zyprische Zentralbank den Wert der griechischen Assets der zyprischen Banken bewertet hatte. Und da kam sie zu dem Schluss, dass selbst für das Worst-Case-Szenario, also für den schlimmsten angenommenen Fall einer maximalen Teil von Non-Performing Loans, von faulen Krediten, dass die übernommenen Aktiva mindestens 2,4 Milliarden Euro wert waren. Das heißt, selbst nach dieser Analyse von PIMCO bekam die Pireus-Bank 1,9 Milliarden Euro zugeschanzt. Alle Erfahrungen lehrt, wenn so viel Geld ohne jede öffentliche Kontrolle, ohne dass ein Rechnungshof oder irgendeine andere öffentliche Institution das überprüft, wenn so viel Geld von einer Institution auf die andere und noch dazu über Landesgrenzen übertragen wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass dabei Korruption und Bereicherung im Spiel ist, fast 100 Prozent. Ich meine 1,9 Milliarden, das sind 1.900 Millionen Euro. Warum nicht 4, 5 Millionen für diesen und für jenen abzweigen? Natürlich kann ich das nicht beweisen. Aber zu diesem Vorgang passt ein weiterer Umstand. Und das ist, dass die ganze Sache mit dem Zwangsverkauf ja nicht plötzlich irgendwann im März zwischen zwei Verhandlungsrunden der Eurogruppe entstanden ist, sondern die gesamte Sache mit dem Zwangsverkauf hat ein Team in der Europäischen Zentralbank unter Leitung eines griechischen Juristen schon zwei Monate vorher im Detail geplant und vorbereitet. Das kann man belegen mit einem internen Memo aus dieser Arbeitsgruppe der EZB, das mir zugespielt wurde. Und dieser EZB-Beamte hatte nachweislich enge persönliche Beziehungen zu jener Anwaltskanzlei, die für die Pireus-Bank alle Rechtsangelegenheiten über viele Jahre geregelt hat. Die Nachfrage zu so einem zumindest potenziellen Interessenkonflikt innerhalb der EZB hat Herr Draghi gegenüber Herrn Giegold so beantwortet, so ausweichend, dass dieser Fall eigentlich staatsanwaltschaftlich untersucht werden müsste. Weil Herr Draghi behauptete einfach, ja, Herr Athanasio habe zwar früher Beziehungen zu dieser Kanzlei gehabt, aber das sei lange her. Und im Übrigen sei zum Zeitpunkt der Transaktion des zyprischen Geschäfts da in Griechenland sei die Kanzlei gar nicht mehr für die Bank tätig gewesen. Also eine schwächere Entschuldigung gibt es im Grunde gar nicht. Ich sage deswegen eigentlich staatsanwaltschaftlich ermitteln, weil das Problem ist, selbst wenn es einen Staatsanwalt gäbe, der das Ganze ermitteln wollen würde, er könnte gar nicht. Weil dafür gibt es gar keine Rechtsgrundlage. Denn alles, was die Beamten im Rahmen der Troika-Programme tun und taten, geschieht und geschah im rechtsfreien Raum der intergouvernementalen Vereinbarungen. Und die Beteiligten genießen diplomatische Immunität. Das heißt, sie können gar nicht verfolgt werden, selbst wenn man ihnen was nachweisen könnte. Und nun zum Machtmissbrauch mit den Notfall-Liquiditätskrediten, die ganz eng mit dieser Geschichte zusammenhängen. Das hatte nämlich schon lange vor diesem krummen Deal mit den griechischen Assets der zyprischen Banken begonnen. Die Laiki-Bank war eigentlich direkt mit dem Schuldenschnitt in Griechenland pleite. Die zyprische Laiki-Bank war insolvent. Aber diese Insolvenz wurde nicht vollzogen, weil die zyprischen Behörden es nicht wollten. Die zyprische Regierung wollte es verhindern. Und, Wunder oh Wunder, ein Jahr lang gewährte die Europäische Zentralbank, der insolventen Laiki-Bank bis zu 10 Milliarden Emergency Liquidity Assistance, teilweise gegen absurde Sicherheiten. Also, da wurde zum Beispiel als Sicherheit gegenüber der Zentralbank angegeben, der Fitnessclub. Der Fitnessclub des Personals, der Laiki-Bank und solche Geschichten. Das Interessante daran ist, dass über diese ein Jahr ELA-Vergabe in Zypern die sogenannten Major Financial Institutions, wie sie in den Statistiken der Zentralbanken heißen, mit anderen Worten, die anderen Banken und Versicherungen der übrigen Eurozone, ihre in Zypern zu hohen Zinsen geparkten Geldern abgezogen haben. Genau in dieser zwölf Monatszeit, zwischen März 2012 und März 2013, fielen die Anlagen der Major Financial Institutions von der Eurozone in Zypern um ungefähr 10 Milliarden Euro. Und erst danach war man offenbar bereit, das Bail-In zu machen, bedeutete aber dann natürlich, dass für diejenigen, die verblieben waren als Einleger und Kapitalgeber für die zyprischen Banken, dieses Bail-In für sie umso teurer wurde und sie deswegen einen höheren Anteil leisten mussten. Deswegen wurde im März 2013 dann plötzlich umgeschaltet und auf einmal drohte die EZB Zyperns Regierung mit der Sperrung der ILA, weil diese sich nämlich zunächst geweigert hatte, den Bail-In und dem Zwangsverkauf der griechischen Geschäfte zu akzeptieren. Das war, wenn man so will, der erste offensichtliche Missbrauch der ILA für politische Zwecke, weil entweder war es illegal, die ILA zu geben über ein Jahr, dann hätte sich die EZB dafür verantworten müssen. Oder aber, sie hätte das fortsetzen müssen und hätte es nicht mit einem politischen Jungtim verknüpfen dürfen. Aber genau das hat sie getan. Und wenn man gewissermaßen, wenn man so sieht, dann war eigentlich Zypern so eine Art experimenteller Vorlauf für das, was dann im Sommer 2015 in Griechenland geschah. Dort wurde nämlich erneut die Vergabe der ILA-Kredite als Instrument genutzt, um die Syriza-Regierung zu zwingen, den Forderungen der Gläubiger und ihrer Troika nachzugeben. Und damit erzeugte die EZB in Griechenland genau den Bankrun, den zu verhindern eigentlich ihr zentraler Auftrag ist. Ich meine, man muss sich überlegen, Zentralbanken wurden eigentlich mal gegründet, um genau solche Situationen zu verhindern. Insofern war auch das ein klarer Verstoß gegen das Mandat der EZB und meiner Meinung nach sogar ein offener Rechtsbruch. Und mich wundert, ehrlich gesagt, dass es bis heute keine Klage vor dem EuGH in dieser Sache gibt. Weil man muss sich das schon klar machen. Das Mandat verpflichtet die Europäische Zentralbank für eine reibungslose Funktion des Zahlungssystems in allen Mitgliedsländern der Eurozone zu sorgen. Das ist ihre zentrale Aufgabe neben der Inflationsbekämpfung. Und mit der Sperrung dieser weiteren Liquiditätskredite für die griechischen Banken hat sie dann das genaue Gegenteil erzeugt. Ich meine, Hunderttausende Griechen konnten ihre Renten und ihre Gehälter nicht mehr abheben und viele Unternehmen konnten ihre Waren nicht mehr bezahlen. Das heißt, die ordnungsgemäße Funktion des Zahlungssystems war nicht mehr gegeben. Dass es sich bei dieser Entscheidung zur Begrenzung der ELA um eine Anmaßung und um einen Missbrauch politischer Macht handelt, das verrät schon das Timing. Der EZB-Rat verknappte die ELA-Kredite parallel zur Eskalation des Konflikts zwischen der Regierung und den Kreditgebern. Und sie stoppte die weitere Erhöhung ausgerechnet in dem Moment, als die griechische Regierung die Forderungen der Gläubiger ihren Bürgern zur Entscheidung vorlegte, also die Referendumsentscheidung. Es gab zwei Argumente, um diese Erpressung zu rechtfertigen. Das will ich kurz noch mal, weil es wichtig. Das erste Argument lautete, eine weitere Ausweitung der ELA-Kredite würde nur zur Finanzierung der griechischen Staatskasse dienen. Das wäre also eine illegale monetäre Staatsfinanzierung. Das ist allein schon deshalb unsinnig, weil ja genau das ohnehin in allen anderen Mitgliedsländern seit vielen Jahren stattfindet. Also allein deswegen ist es schon falsch. Aber in Griechenland war es auch faktisch falsch. Denn die EZB hatte in ihrer Funktion als Aufsichtsbehörde verfügt, dass die griechischen Banken selbst maximal 15 Milliarden Euro an griechischen Staatsanleihen halten durften. Und das Limit war längst erreicht. Das heißt, die ELA-Kredite hätten auf gar keinen Fall der griechischen Kasse zufließen können. Außerdem hatten die Banken noch 25 Milliarden Euro an Anleihen ausgegeben, die vom Staat garantiert waren. Insofern kann man sagen, insgesamt vielleicht 40 Milliarden, aber mehr nicht. Alle Assets der griechischen Banken zusammen betrugen aber 400 Milliarden. Insofern war das Argument gar nicht schlüssig. Und das zweite Argument war, und das war, wenn man so will, auch das Instrument, dass die griechischen Banken nicht genügend Sicherheiten gehabt hätten, um weitere ELA-Kredite zu rechtfertigen. Weil, wie gesagt, jede Bank muss Sicherheiten bieten. Aber auch dieses Argument hält der Überprüfung nicht stand, wie der Kollege Martin Sandbu von der Financial Times es sehr treffend zusammengefasst hat. Denn die EZB hat einfach alle Assets, die die Banken anboten als Sicherheiten, nur zum halben Wert akzeptiert. Gleichzeitig hat sie aber zuvor als Aufsichtsbehörde festgestellt, dass dieselben Banken mit einem Eigenkapitalanteil von 18 Prozent an ihren Aktiva ausreichend kapitalisiert seien. Das heißt, für die Aufsicht hatten die Aktiva 82 Prozent des Buchwertes, für die Notfallkredite hatten sie aber nur 50 Prozent ihres Buchwertes. Das belegt, dass da rein wirkürlich entschieden wird und entschieden worden ist. Und ich denke, damit kann man beweisen, dass der EZB-Rat sich in Fall Griechenland und bei der Vergabe der ELA-Kredite politische Macht angemaßt hat, die ihr nicht zusteht. Und dieser Fall gehört vor Gericht. Schönen Dank. Applaus Vielen Dank. Applaus